Servus, Türchen Nummer 1 im Dezember 2018 unter der Rubrik Türchen öffnen im Dezember präsentiert von Chroniken der Spiele HotSexy und Knuffig. Was ist das für eine Aktion? Zuallererst möchte ich euch die Wartezeit bis hin zum 24. Dezember verkürzen. Das habe ich schon zweimal gemacht, einmal 2016, da habe ich für euch Kochrezeptideen angeboten und 2017 habe ich euch eine Geschichte vorgelesen, die Brotürchen sich ergänzt hat. Heuer machen wir das so, ich wollte euch kreativ wirken lassen und ihr sollt mir Tierbilder bis zum 30.11. schicken. Ich habe jetzt nicht 24 Bilder erhalten, aber auf jeden Fall die Hälfte davon und da lässt sich auf jeden Fall was machen. Ich habe mir gedacht, ich fange erst mal an mit einem Türchen und mein Türchen ist heute die Schildkröte. Die Schildkröte ist mein Lieblingstier. Ich hatte früher auch zwei Schildkröten, die hießen Max und Moritz und die habe ich dann später hergegeben, damit es ihnen besser geht, weil die wurden mir zu groß und ich hatte dann auch nicht mehr so viel Zeit für die Kröten und ja, damit es ihnen halt einfach gut geht. Eine gute Erinnerung an Max und Moritz, vielleicht leben sie noch, wer weiß. Das habe ich euch für euch gezeichnet und ihr habt es genauso gleich getan. Und ja, pro Türchen wird eines eurer Tierbilder gezeigt. Ich werde die Tiernamen, äh, die Tiernamen, ich werde eure Namen wegeditieren, damit man nicht sieht, von wem das ist. Der Grund ist, es gibt ein Gewinnspiel dazu. Und, ähm, deswegen, weil jemand sagt, hey, dem mag ich nicht, dem gebe ich kein Vote. Konnte ja sein. Wegen der Fairness lasse ich das anonym, zeige euch nur das Bild, erzähle ein bisschen was drüber und dann kommt das nächste Türchen, praktischerweise. Das Gewinnspiel sieht so aus, ihr seht das Bild, ich erzähle euch was drüber und dann, äh, ich weiß, ich wiederhole mich und ihr schreibt unten drunter im Kommentarbereich, ich vote für dieses Bild. Am Ende des 24. Dezember kann ich das, äh, eine Liste machen und dann sehe ich, welche Bilder am meisten Vote hatten. Ähm, so eins bis drei Tops würde ich dann raussuchen. Wenn Gleichstand ist, gibt es halt vielleicht zwei Gewinner. Dann aus diesen dreien werde ich nochmal einen rausziehen und der kriegt den Hauptpreis und die anderen zwei, auf Platz Nummer zwei und drei, die kriegen dann nochmal einen kleinen Trostpreis von mir. Wie gesagt, ich brauche dann auch eure Adresse, das müsst euch dann bewusst sein, dass ich dann die brauchen werde. Ansonsten fänden wir eine andere Lösung. Ich bin von dieser Teilnahme ausgeschlossen, ich werde nämlich dann auch nochmal paar Tiere zeichnen, denn ich habe ja, wie gesagt, nicht 24 Stück davon. Ich werde aber auch noch was anderes einfallen lassen, vielleicht erzähle ich einen Witz, was lustig ist und, ja, vielleicht reicht ja doch noch einer ein Tierbild ein. Und, ja, vielleicht hat jemand irgendwo jetzt die Lust, es zu tun. Ja, ich glaube, es ist erstmal alles gesagt. Das war mein erstes Türchen mit der Schildkröte. Wir werden morgen sehen, was das nächste Türchen ist. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt und, ja, hoffentlich wird die Wartezeit immer mehr verkürzt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir lesen, sehen und hören uns in allen Videos dieser Welt, die es geben könnte. Bye. Fisch bleiben.